Yo Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play GTA Online Action mit den beiden Jungs, Luke und Nico, hallo! Ich hoffe, meine Kamera ist gut ausgerichtet, weil nämlich... Vielleicht nehmen die nur deinen Tisch auf. Kein Plan. Ne, ne, das nicht, aber ich kann das ja kontrollieren, indem ich den Videobeweis einschalte. Videobeweis, Videobeweis, ja. Aber ich scheine immer noch nichts zu sehen. Da hat die Map, okay. Egal, warte, dann schalte ich den direkt wieder aus. Und deine Hintergrundrolle bei Lukas hat es. So. So. Wir spielen wieder eine schöne Custom Map. Super Stunt 101 Hashtag 2 von Motorrad Map. Stop. Stop, ich glaube, ich habe die falsche genommen. Ich habe jetzt die Hakuma genommen. Man kann nur eine auswählen. Achso, okay. Erstmal volle Munition kaufen. Ich will mein Geld nicht verlieren. Er hat es auch gerade gesehen. 43 Millionen Euro. Mir ist egal. Haben ein bisschen heiß gemacht. Ja, ist okay. Und ich habe natürlich nicht gekauft. Ich habe den beiden alles abgegeben. Warum, man? So mit so einem geilen Helm. Die kann man kaufen. Aus einem geilen Helm. Man kann sich... Ich war gerade in der... Alles klar. So. Ach, scheiße. Wo? Alter, was? Was? Oh. Nein! Er legt... Er hat mich nach rechts gelenkt. Was? Ja. Ja. Das ist das gemein, ey. Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Boah! Leg wieder! Oh nein! Ey, das ist doch... Das ist doch erschrocken, Alter! Wie soll das denn gehen? Das ist doch unmöglich! Boah! Oh! Nein! Ich bin runtergefallen! LOL! Das war das erste Mal, dass ich mich nicht... dass ich mal stand! Ey! Oh! Alter! Komm schon! Boah! 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 Alles klar! Mach schon! Oh! Was? Nein! Hä? LOL! Boah! Boah! Seit... 5... ...weschen... ...einziger... ...wah! Ey, ne? Ich hätt's so easy locker geschafft! Da war einfach... ...ne unsichtbare Mauer... ...bei mir! Boah! Was? Schon wieder? Oder... ...nem anderen davor! Ey, ne? Das ist so mies! Ich hab' beide Trommeln lehren! Ich hab' beide Trommeln lehren! Okay, aber ich weiß schon mal, wo wir hinfliegen müssen! Ich hab' die ganze Zeit in der Aufnahme über BHs reden! Bitte! Bitte! Scheiße! Fuck off, Leute! Ah, warte! Ich muss eh den Dings gleich mal aufregen! Oh, wer hat's geschafft? Lukas! Irgendwärts geschafft! Wärts geschafft! Es war für mich wie! Oh! Glückspills! Oh nein! Denk doch nach oben! Nein! Ich hab' den Geldpunkt! Ich schreie jetzt! Wer hat das denn geschafft, bitte? Ich hab' den Wegpunkt nicht bekommen! Ich hab' den Wegpunkt nicht bekommen! Ich hab' den Wegpunkt nicht bekommen! Ich hab' nicht daran gedacht! Oh, Mann! Warte, bitte, 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 bitte! Scheiße! Der ist eigentlich voll einfach! Hä? Ich rutsch' da runter! Wie! Wenn ich dagegen fahre, passiert einfach gar nichts! Wo? Gegen? Du musst ein bisschen schräg gegenfahren! Ja, dann den Mounted! Oh, der Fall! Läuft! Nee, in der Luft noch nicht mal! Ich glaub' das ist wieder so ne Map! Mounted! Direkt! Okay, du musst schon von Anfang an den Wheelie machen! Das ist schon mal klar! Ja, ja, jetzt mach' ich das mal! Oh! Komm schon! Oh! Und hier ist er wieder weggeglitcht! Hier immer! Ey! Ich glaube! Ich hab' aber den Trick raus! Ähm! Ich hab' ich glaube! Also! Also! Ich weiß auf jeden Fall, das ist die Idee! Boah! Ich hab' ich gewünscht hatten! Ja, wenn du's schaffst, dann schaff' ich's gleich auch direkt! Boah! Krass, Mann! Krass! Warum das? Der Ziegenmann! Der Ziegenmann! Der Ziegenmann! Ja, genau! Ich hab' keine Sinn! Und so gewinnt der sonst immer! Nur der hat mir auch gesagt, Sein Geheimatest mit Hexen! Oh! Oh! Ich hab' jetzt einen Ebenhügel! Und ich bin geschräg drauf! Und dann hab' ich meinen Motorrad-Zoller! Ey! 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 Whoa, der kommt nicht hoch! So close! Level und komplett entfernt! Der hat gewaltruct. Ja! Der öffnet automatisch nach in den Fall-Zeit! Ist das nicht. Den Mann! Der einfach der Fagl schiff sollte! Acht' mal hier! Der steht ja auch возьme! boah! Ich hab's! Ich hab's! Nein! Hey! Was? Ich hab so Pech, gell, Leute. Ich war auf der scheiß Plattform drauf, wo der Wegpunkt war. Ich bin runtergefallen und auf der anderen Seite wieder runtergefallen. Hey, du hast aber keinen Still. Da ist ein Unterschied. Äh, Pech. So, bin ich. Jetzt bekomme ich ihn aber. Ich hab ihn. Ich hab das auch, glaube ich, wieder. Oh, shit. Ich nicht. Ey. Guck mal. Guck mal, bitte hier. Geil. Ja, ey. Ich bin tot. Lauf. Ich muss hier hin, wo ich bin. Bleib mal stehen. Geh weiter. Los, los. Mein Niko, wie? Scheiße. Oh, shit. Na, was? Ich bin zu weit geflogen, oh Gott. Ich weiß jetzt, wie du es. Oh, das ist so blöd, Leute. Ja, ich weiß nicht, wie ich aufhinein. Oh, endlich habe ich es. Leck mich am Arsch. Übrigens, falls ihr die Hintergrundmusik gut findet, für Zuschauer, oder dass ich GTA auch mal bringe. Ey. Ja, dann lasst Daumen nach oben da und abonniert die beiden Jungs und abonniert mich. Ich bin mal weggeflogen. Aber tut jetzt, bevor ich ausraste und euch alle beleidigen. Im Ziel? Ey, das ist... Nein, nein. Ich spür, du hast mir einen scheiß Sprung geschaffen. Hey, ich hab's eben, eben. Ich war, ich war vom Ziel, weil ich allerdings... Oh, oh! Äh, 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 fällt einfach runter. Eben hab ich das alles beim ersten Mal hingekommen. Äh, äh, äh. Oh, wie Lukas P. nicht lang ist. Oh Gott. So zwei Millimeter. Ich muss eben gleich mal die Dings ausfragen. Oh nein, das ist dieser... Alter, weil jemand gewesen ist, keine BHs mehr. Weiß ich nicht. Jack! Hat's gehört. Oh nein, ich flieg daneben. Ich flieg, ich flieg daneben. Ich bin tot. Geil. Wie hab ich denn eben geschafft? Wie? Es war wirklich magisch, da hab ich gesehen. Oh, ihr habt's beide geschafft. Hat das mit Skill zu tun? Nice. Ja. Sag mal, ja. Wie lange ist er da jetzt für Schläge bekommen? Na, hätte ich mich ja selbst bei dir ausgeschaut, hab ich auch keinen Skill gehabt. Okay, stimmt auch wieder. Okay, ich bin halt auf der letzten Rampe. Äh, äh, er landet die ausgegangenen Zeit auf der, äh, äh, Rampe und sterbt direkt. Mh, mh, eben hab ich alles perfekt hinbekommen, ne? Boah, das Akutsu, das lenkt aber krass. Ich weiß nicht, wie hab ich das denn eben gemacht? Du musst so weit wie möglich da oben lang. Oh, ne? Ja. Ich hätt's überlebt. Aber wenn ich auf dem Bodenklatsch bin, ich hätt sowas von krass überlebt. Aber da er dann so krass irgendwie weggeflogen ist. Ich komm nicht mal an, derzeit weit genug, wenn ich nach oben bin. Nein, ich bin so weit geflogen. Ich weiß nicht. Was? Alles klar, geile Federer. Weil ich jetzt gerade geschafft habe. Was? LoL. Alles klar. Aaaaaaalles klar. Entweder... Entweder... Okay, auf. Es ist wirklich jetzt. Äh, landet die schon ab. Ich... Geil. Weißt du, ich mache... Ich habe einfach das zweite ausgelassen. Und... Ich bin jetzt so weit geflogen, dass ich jetzt... ...weil zu reiten war und ich bin auf dem Kopf... Ich fliege schon wieder zu reiten, nice man. Ich bin jetzt hier den... ...den Sprung überleben. Ich bin aber zu... Zu wenig geflogen. Ne Idee. Idee. Ich habe einfach... Ich habe einfach dieses kurze Stück einfach ausgelassen. Und bin direkt rüber geflogen. Nein, ich habe keinen Fallschirm. Ne, ne, das ist ja Kacke. Ne, warum... Genau, war Kacke. Übrigens, falls ihr... ...die Musik im Hintergrund mögt... ...dann guckt mal in die Beschreibung. Ganz unten. Habe ich den Interpreten... ...und alle Interpreten der Musik im Hintergrund verlinkt. Denn... Ich habe mit denen das mal geforst. Oh! Was! Ja, mit Verlinkung darf ich... Ey, nein! Ne, ich... Von wem machst du? Ey, ich... Ich bin zwei Meter... ...neben dem Ziel aufgeklatscht, ne? Alles verlinkt, was da... Ja, nice, Mann. Meine Maul... Scheiße, ich habe irgendwie meine... Ich bin zwei Meter neben dem Ziel und draufgeklatscht. Ja, ich bin gerade auch schon zu weit nach links. Meine... Alter... Oh... Die Hakutu... Die lenkt echt krass in der Luft. Ich wäre froh, wenn ich überhaupt eine Ausrede haben könnte. Bei mir liegt es einfach daran, dass ich nichts schaffe. Oh Gott. Da hast du dich auch nie klappt. Aber... Ernst, krass. Nice, Mann. Ja. Scheiße. Lol. Nein. Ich fliege zu... Ich fliege zu weit? Ich fliege zu weit? Ernsthaft? Weil meine Kamera hat sich bei ihm auch einmal so verschoben, dass ich nichts mehr gesehen habe. Ich konnte noch blind mit der Map irgendwas machen. Ja. Wow, Alter. Wow, wie weit fliege stehen! Alter. Wow. Also das Landen hier drauf habe ich jetzt mittlerweile mit drauf. Ja. Naja. Das ist leider zum Sperr. Ja, ich auch. Ich verspringe jetzt einfach. Ja, ich verspringe jetzt einfach. Ja, ich verspringe jetzt einfach das kleine. Das mache ich auch. Hier. Einfach so auf der Rampe von dem einen so ein bisschen schräg fahren, dass du direkt auf das andere flinkst. Nimm dich das kleine mit mir. Du hast mir das kleine Mimus. Ey, die Hakuchu, ne? Die... Wieso lenkt sich die? Die lenkt so behindert in der Luft. Das ist echt schon mal normal. Die ist ja extrem. Nee. Wie, Alter! Ich schaff's noch nicht mal... Du, also... Hier, warte mal. Warte, warte. Ich drehe mal. Warte. Warte. So, ich bin... Ich hab bis hier nochmal gedreht. Wo bist du? Warte. Da, guck, du fährst. Oh! Nein! Schon wieder zwei Meter vor dem Ziel aufgeklatscht. Oh, Leute, das war so close. Ich versprach's dann so. Oh, nee. Komm mal. Lach nicht. Ich hab keine gedreht. Ich hab keine gedreht. Ich hab keine gedreht. Ich hab keine gedreht. Ey, mal so... Pesch, Mann. Alter. Alles klar. Nice, Mann. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Andy? Äh... Nils? Keine Ahnung, du frei? Keine Ahnung, son. Ne. Ey, jetzt haben wir eure... Ich hab' die Bilde. Ich hab' die Bilde. Ich hab' die Bilde. Ich hab' die Bilde. Und es ist folgendes. Ich hab' mich voll verkackt mit meinem Ding. Super. Da, der ist das ja auch. Ich wollte nicht hierherfruh, würde ich nur einmal so weit kommen wie ihr. Oh, nein, das ist so. Das ist im Ziel. Dreckiger We... Wichser. Dieses Lachen. Hier ist Lachen. Oh. Nein, schon wieder 2 Meter Was passiert? Und da hat er noch Annäherung Echt jetzt? Nein, ich bin direkt ins Ziel anzupft Ja, ich hab das Lachen gehört Du kannst anderen was vor Ich hab nur gelacht, weil ich nie zu kurz Ich kenn dich seit über 2 Jahren Ich kenn dir das Lachen Ich kenn dir das Lachen Weil ich abgerutscht bin Ich hätte das nie geschafft Und dann Bin ich halt gefallen Und dann statt zu sterben auf dem Boden Hab ich überlebt Deswegen hab ich gelacht Und darf er nicht da reinlaufen Ich bin ja nicht da reinlaufen Ich bin in deinem Bahn Ich bin in deinem Bahn Du solltest ihn disqualifizieren Verdammte Kinderficker Scheiße Ja Junge, wie sich dieser Krooge einfach in der Luft dreht man Das ist doch nicht normal Oh, jetzt sieht es gut aus Ich sehe nichts, wo ist das Ziel? Oh, bitte Ja Wie schaffst du es, Lukas, bitte direkt da drauf, Alter? Was hat der für einen Aim? Achso, du hast beendet Digga, das ist ein Nicestes Mal 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 Es gibt deine Daumen nach oben, ey Ein Millionen Daumen nach oben, wenn ich jemanden umbringen soll Ich hab nicht gesagt wen Ich hab nur gesagt das Ich hab nur gesagt das Ich hab 12 Ja, ich hab auch Mieter ja auch egal doch noch um Lug besser nach sind so weggegangen okay es kommt da ja ja wir sehen uns gleich bei der zweiten mit wieder Prozent gibt aber da oben wenn euch die erste Fall hat ich bin und verletzt wenn er bei mir Okay, bis gleich.